Hallo ihr Süßen, da das letzte Video mit 0x so gut ankam, kommt hier ein Neues. Vergesst nicht zu abonnieren und den Like-Button zu schettern. Kuss und los geht's! Einen wunderschönen... Guten Tag. Wie gesagt, du hast dich qualifiziert. Du kannst mir einen PC-Check mit dir durchführen, wenn du damit einverstanden bist. Das war so schön, denn das war so schön. Da wollte ich mal fragen, was dich dazu verleitet hat, ob du das selber auch als Baiting gesehen hättest oder ob du es einfach nur als AP gesehen hast. Dynamik on top. Tonight's gonna be a good night Tonight's gonna be a good, good night Ohne 0x? Geht nix. Wer bist du? Ja gut, ich wünsch mich Wattner für die Gruppendynamik. Achso. Exzedenz. Wenn du nicht reden kannst, dann muss ich dich hier leider vom Server kickten. Von daher probieren wir das jetzt mal. Mach mal 0x aus. Mach mal 0x aus. Mach mal 0x aus hab ich gesagt. Was ist das? Ich weiß nicht, diese Unterstellungen zurück. Du kleiner, dreckiger, widerlicher Hurensohn hab mich verrechst an Kripsum mitgeburt. Ja, ja, ja. Die Gruppendynamik auf die Eins, ne? Let's go. Let's go, let's go away, I think I'm losing my control. Welche Satz? Die gab's die. Die gab's die, die schickt dazu. Nee, nicht, oder? Hat das hochgeschickt, he? Viel Spaß, Up & Jay, he? Dynamik on top, und jetzt? So das war's mit dem Video. Wir hoffen euch hat unser RP gefallen, haha. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder mal ein paar Clips gesammelt haben. Kuss und Gruß die Gruppendynamik. Dankeschön, das war's schon. Bis zum nächsten Mal.